Unsere Studie hat gezeigt, dass rund 50 Prozent der Leute in der Schweiz sich ein neues Smartphone kaufen, ohne Grund, dass es nicht nötig wäre, weil es kaputt ist, sondern weil sie ein neues wollen. Also sie wollen irgendwie im Trend sein oder sie wollen irgendwie das Neuste haben, vielleicht auch die neuste Kamera. Unsere Studie hat gezeigt, dass die Menschen, die das schon gemacht haben, sehr gute Erfahrungen mit Secondhand-Smartphone-Käufen gemacht haben. Und darum muss man sicher eine Sensibilisierungskampagne erfahren, sei es von Seitenherstellenden zum Beispiel, dass man eben gute Erfahrungen machen kann, dass man dort auch Garantien darauf gibt und dass man so das Wissen verbreiten kann. Musik 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 Vielen Dank.